Laura und Thomas haben sich ihren Traum vom eigenen Haus erfüllt. Neben dem finanziellen Aufwand haben die beiden viel Arbeit und Freizeit in den Bau ihres Traumhauses investiert. Für alle Fälle haben sie schon während der Bauphase bei der VLV eine beitragsfreie Rohbauversicherung abgeschlossen. Endlich im eigenen Haus eingezogen, geschieht das Unglück. Bei einem Unwetter schlägt der Blitz in das Dach ein und der Dachstuhl fängt Feuer. Zum Glück kann die Feuerwehr den Brandrasch löschen. Die beiden informieren Martin, ihren Versicherungsberater. Dieser kommt prompt vorbei und schaut sich mit einem Sachverständigen der Versicherung den Schaden an. Die VLV hilft bei der Organisation der benötigten Handwerker, damit der entstandene Schaden schnell wieder repariert wird. Laura und Thomas sind so froh, dass sie die Versicherung abgeschlossen hatten. Denn sonst wären sie jetzt finanziell ruiniert. Neben Laura und Thomas haben viele andere Vorarlberger bei der VLV für den Fall der Fälle vorgesorgt und ihr Eigenheim versichert. Weil alle einen Versicherungsbeitrag bezahlen, ist die Versicherung in der Lage, im Schadensfall finanzielle Hilfe zu leisten, welche die Beiträge des Einzelnen um ein Vielfaches übersteigt. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.